das problem dass wir wahrscheinlich nicht komplett zu ende spielen die wirst wahrscheinlich nicht ja doch kann sie schaffen wenn wir jetzt zu viert da reingehen könntest du bis 12 fertig genau und in diesem sinne sage ich schon mal hallo an alle zuschauer willkommen zurück ja also wir starten mit der nächsten mission hin zum exotik bohrer machte da hinter mir frage wer gewinnt die schüssel oder lucky so also zur missionsbeschreibung betreiber unio unio biome arktis hintergrund zum umfassenden geodaten erhebung glauben die forschungsteams dass diese region reich an vorkommen exotischer materie ist es existiert eine handvoll gruppen mit einer uda geprüften exportlizenz für exotische materialien mission lokasiere und exotische materie aus dieser region liefere sie an die repräsentanten des betreibers im orbit bedingungen sämtliche extraktionsausrüstung und materialien müssen vom vertragspartner bereitgestellt werden dafür gibt es aber auch gleich 400 öcken für die mission also gut so ich beanspruche das schürfgebiet ich lade das schürfgebiet madeleine hat sich platz so gekauft schon länger echt ist mir nie aufgefallen achte es nicht so auf die liste ich achte ich achte nicht so auf madeleine zugegebenermaßen da achte ich auch nicht drauf nur ich sehe ja über will er spielen das stimmt das spielplan zu hoch was macht doch denn da jetzt schon wieder ja dann will ich das klauen aus landen so ihr könnt landen ne ich war wieder so vom hund abgelenkt tut mir leid wir landen aber im grün vom mund abgelenkt jetzt habt ihr halt jetzt könnt ihr die dicks freischalten schwörigkeitsstufe leicht 3 die schwörigkeitsstufe 3 müssen ja die frage ist man man sieht gar nicht wo man hin muss wo müssen wir denn hin hier zum see runter und da hütte bauen oder sollen wir hier rüber zum see ja gut wir gehen hier runter weil wieder mal keiner was sagt dann brauchen wir weiter mensch wie sie aussieht ach so du bist doch gar nicht unten ja jetzt bin ich ja jetzt sagt doch das also dahin oder dahin überlege ob ich mein bohrer jetzt mitnehmen oder nicht also da auf der rechten seite ja da sind ja hier sind ja überall höhlen ich kann ja wieder den wenn wir schon den bohrer bauen müssen brauchen wir ja auch die schmelze und dann brauchen wir ja auch den höhlen sucher können wir dann auch bauen höhlen genau wenn das lustige ist der treibstoff für den bohrer kostet jedes mal 50 in der herstellung vor einer wei so machen wir jetzt da oder da wo sind denn die meisten höhlen wo man hingehen können das weiß ich nicht ich mache mir die karte nicht auf erhöhen sind ja voll wichtig ist nicht so viele höhen aber möhren habe ich hier wenn das kein grund ist ich habe meine menschen so glück gehabt hat mein exotik im grün war aber ich kann gar keine sense bauen okay ich gehe jetzt so unten den see so ein bisschen exotik fehlt mir sonst hätte ich auf dem radar gehabt bohrer kann ich so glücklich gespielt jetzt ist es auf jeden fall wieder weg da kommt sie doch aber zurück laufen mein flug links ja ich hab's auch vergessen das ist so ätzend aber dafür habe ich ein möhrenfeld gefunden ja das nicht wert ist ein bösen feld für die auch immer wieder gut in set of me ii veggies in pussies sind aber deine freundin sicher dann traurig und ist genau im möhrenfeld gelandet er hat keine mitte dafür will ich schon wieder jene mit bären ansammeln und das meine ja ich bin mal gespannt wie das ding funktioniert es ist der peil sender den ich mir gekauft habe jetzt sehe ich euch wenigstens immer auf der karte und die will uns sehen genau weiß nicht ob das so ideal ja also das ding bringt nichts ohne das ist etwas was für einen anzug legen muss okay naja da okay tja angezeigt wird aber trotzdem nix ja dann ist er glaube ich weiß ich gar nicht was dabei steht bei dem ding jetzt zugrufe auf die visuelle karte möglich wegpunkte können erstellt werden spieler wegpunkte sind auf der karte sichtbar ja das heißt du kannst mehr wegpunkte das ist cool ich hoffe zur falschen richtung wir sind die richtung holzt du ne richtig da unten ja zudem dach bison wieso ist ein würfel hier dach bison dach bison dach bison Es hat sich schon gelohnt die ganzen Beeren zu sammeln. Oh, ich bin am See. Ich mach schon mal ein Feuer, ich hab Gemüse gefunden. Gemüse? Mhm. Ich mach kein Feuer, ich mach hier erstmal... Gemüse. Äh, hüp, Axt. Fälle Bäume. Deine Bäume. Nice. Dreimal Hilfe geendet und 40 Stück rausgekriegt. Das ist geil. Nice. P 빠 Gray und 20 Stück rausgekriegt. Was ist das? also wir bauen wollen wir uns wollen wir euch ja nicht wieder langweilen von daher ende ich war hier die folge wir haben und gebaut sind jetzt in der erste hütte beim abbauen danke das gleiche sowas gegen mich hast das gleiche sowas gegen mich hast was mich getroffen mit dem ich war auch keine steine durch wahrscheinlich bin schon wieder zurück aber ich bin überladen hier haben meine kohle abgebaut ich habe gewollt hat okay sicher sogar wo war es das ich schicke lieber noch mal nach dass die voreilige jugend übersehen hat hallo 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 jetzt sind wir frech und froh jetzt essen wir den mattes lecker hallo 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 ich möchte aber keine möhre Na gut, eine. Instead of meat, I eat veggies and pussies. Was für Fitchies? Was? Ich kann es irgendwann nicht mehr hören. Ist gut. Ja, Fitchies. Fitchies, ja, Litchies. Litchies können das auch sein. Litchies. Ich habe auch ein bisschen Luft mitgebracht. Luft? Luft. Wo ist der nächste Höhle? Ich weiß nicht, dafür brauchen wir noch Gold. Und Gold haben wir glaube ich noch nicht, ne? Weiß ich nicht. Nee, Gold haben wir noch nicht. Ich habe auch keinen Höhen-Sucher. Wir haben nur den Mathis, der die Karte wahrscheinlich offen hat oder alles schon auswendig kennt in seinen jugendlichen Können. Oh, jetzt riecht es schon wieder so äh, süßlich. Wir brauchen eigentlich keine Ditter. Wirklich, ich bin so ein bisschen, ich bin ein bisschen neidisch gerade. Echt? Ja, das ist so toll, weil die riecht. Einfach, weißt du? Hm. Hm. Ja. Ja, kann auch nicht jeder haben. Alea, kann auch nicht jeder haben. So einen leckeren, gut riechenden Futz. Das war eher Verzweiflung. Verzweiflung? Verzweiflung? Verstehe ich nicht. Du, Glück, verstehst du das? Nein. Nein, ich auch nicht. Nein. Wir feiern nur das natürliche Haud'oeuvre. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Es ist wie Ranzam-Zam. Mein Messer ist mir ja kaputt. Warum macht das doch sowas? Weiß nicht. Ich kann mal gucken, bin ich hier richtig mit der Höhle? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Irgendwo bei dir in der Ecke. Lauf gerade in die andere Richtung. Ah, schon wieder. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Ja. Ich habe eine Höhle. Wo stelle ich mir den Tod vor? Ich glaube, der riecht besser. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Das ist noch mal ein Hacker. Ein Kakao? Den habe ich ja. Oh, dicht an, dicht aus. Was? Geschenk? Angeschenk? Aus? Ja, wenn das so schön wäre, dass so gehen würde. Also hier ist eine Höhle. Ich habe den Marker roten Marker gesetzt. Boah, ich muss mal gucken, ich habe noch gar keine Pfeile. Ich kann auch keine Pfeile, aber ich kann keine Knochen ab. Ich kann auch gar nicht sagen, ich kann keine Pfeile, aber ich kann keine Pfeile, aber ich kann keine Pfeile, aber ich kann keine Pfeile. ich habe keine gegenwärter gebaut es ist schlimm, ich erlebe das schon es ist einfach ziemlich groß wie die hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schlimm wieder Hast du schon Gold gefunden? Nee, ich bin noch auf dem Weg nach Hause, gerade ich bin schon voll Ich habe auch eine Rose mit Zündung und ich bin noch auf dem Weg nach Hause, da ich bin noch auf dem Weg nach Hause und ich bin noch auf dem Weg nach Hause. Ja, so in der Art hatte ich auch vor. Ich sag ja, ich brauch nur Steine. Ich hab das egal gefunden. Jetzt muss ich hier Licht haben. Das ist Aluminium. 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 Ich hab nur leider kaum Ausdauer. Ich auch, ich bin voll. Du kannst mir ja was geben, weil ich kann nicht hacken. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich mach mal ein paar Anti-Bringentzündungs- Also auf das kann ich dir geben, dann kann ich wieder laufen. Aber ich... Dann licht es aus. Brauch ich Exposit für. Hefe hab ich. Ich hab grad mal für einen Drink. Also ihr müsst dann Hefe finden. Wieso? Da sind auch 40 Hefe drin. Das ist für einen einzigen Drink 40. Was? Ja. Genau so. Ne. Also ein Drink braucht von mir eine Hefe. Zeig dir nicht. Dann fangen wir den hier an. Ne. Ich krieg auch 12 raus. Also von daher. Sind in der Mache. Ich glaube du hast auf Maximum geklickt. Jetzt hab ich auf Maximum geklickt. Maximum Overdrive. Yes. So geil. So viel Eisen. So. Also. Ist in Produktion. Ihr könnt euch rausnehmen. Was? Hilfe? Antibiotische Drinks. Gegen die Lungenzündung. Oh ja. Ist 14. Oh ja. Zu Ende. Ja. Aber. Ist ja nicht die letzte Höhle. Es geht ganz schön auf die Ausdauer. Dich lieb. Oh ja. ếss Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und wir arbeiten weiter an dem Erhalt des Bohrers. Bis dann. Tschüss.